Wieso spawnen hier so viele von diesen Scheiß-Skeletten, die einen blind machen, ne? Weiß ich doch nicht... Wollen wir eigentlich die Star-Piece, ist so eine Erzkiste? Ja, einfach rein damit. Wird sich jemand schon freuen, dass sie wieder drin sind. Glaubt, man nimmt das Fall. Meins war auch, oh, Chocopelias wieder ohne Ende. Oh, die kommen ja nicht da rein. Äh, die Schwitzer können nicht. Ich geh gleich noch ein bisschen strippen ein, was soll ich... oder kämpfen? Weiß ich noch nicht. Eimer fackeln, die Bärenhand, die lass ich hier. Ich tue auch noch ein paar Erze verbrennen. Eisen auf jeden Fall, Eisen und Gold. Ach, meine komplette Rüstung ist ja im Arsch. Deswegen bekommst du viel Schaden. Ja. Na ja, ich hab noch ein bisschen Rüstung bei mir. Soll ich jetzt Mitleid mit dir haben, oder was? Ja, sollst du. Ne, lass mal. Boah, diese ganzen Skelette grad, ne? Wahrscheinlich bist du um so'n Scheiß-Spawner dann noch. Die Neffeln doch nicht, oder? Nö. Hörst du, Plumps... Falderer. Immer nur das ganze Geschisse von denen. Plumps-Falderer. Plumps-Falderer. Aber ey, ich wundere mich eben, wieso die Items nicht mal hinter mir herfliegen, ne? Ja. Die ganze Meteoriten-Rüstung ist im Arsch. Dafür kann ich aber nix. Doch. So kannst du alles dafür. Soll ich mir jetzt noch ein paar Schwerter mit. Ach ne, die reichen. Plumps-Falderer. 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 Ja, ich hab grad keine Lust mehr. Mein Inventar ist nämlich schon wieder voll. Ich geh jetzt auch noch ein bisschen los. Nein, nicht schnell! Oh, war das knapp eben. Aber ich lass die Diamantspitzhacke hier. Ne, nun die Schaufel und die Effizienzweispitzhacke mit. Naja, aber ich hab den Turm jetzt halb gemacht, und? Ja, kannst ja wieder zurückgehen und weitermachen. Ja. Ja. Oh. Ich muss mir mal noch ne Rüstung anlegen, dass ich wieder alles einsammeln automatisch. Was hat der denn da jetzt geschmolzen? Hey, hab ich da jetzt nicht Eisen rausgemacht? Ne, ach, das war Feroz. Oh. Ich hab schon wieder drei von den Taschen dabei. Schon wieder Feroz, ey. Ja, die kannst du jetzt nicht ausleeren, weil sonst ist dein Inventar komplett voll. Mein Inventar ist sowieso voll. So viel Feroz hier drin, ne? Ach du Scheiße. Plumpsfeuerer. Plumpsfeuerer. Ne, verzauberte Schaufel mit Effizienz 2. Naja, bestimmt durch so'n super Zimbey. Ne, glaub ich eher nicht. So, noch ne Truhe hin. Boi. Noch ne Axt. Findest du alles? Ja, merk ich schon. Ich geh dann auch noch mal los. Erstmal hier paar Barren schmelzen. Ich hab irgendwo noch... Da. Magnet Station. Also noch so ne Rüstung. Ich hab meine Entschuldigung. Ich hab meine Entschuldigung eh fast im Arsch. Also... Ich hab meine Rüstung. Was brauchen wir eher? Gold oder Eisen? Eisen würd ich sagen, ne? Weiß ich nicht. Aber man findet keine Brusten irgendwie, ne? Ne. Ist immer das Komische. 800 Millibuckets noch. Mal gucken, wieviel da jetzt noch drauf geht. Ich seh aus voll mit Pfeilen. Ist doch Quank. Jetzt hab ich meine Kartoffeln schon wieder weggelegt. Echt ey. Wie gesagt, Kartoffeln sind jetzt ein paar sechs gebrannt. Also eine, glaub einer hat sechs gebrannt. Mhm. So, wieder rein in den Turm. Okay. Ist jetzt Ferros draußen? Dann schmeiß ich da jetzt noch Eisen rein, wenn ich das jetzt finde. Aber ich mach den Turm jetzt noch fertig und dann... Okay. Dann ist alles klar. Dann ist alles klar dann. Fertig jetzt noch. Ja. Ist glaub ich auch besser. Ah, da ist Eisenerz gewesen. Ich trüdel. Oh mein Schwert ist fast kaputt. Bumsfallderer. Es kam da ja eben Zombie. Ist noch runtergefallen. Hi Zombie. Auch noch mal Engelge Zombie. Ja, ist klar. Trop, 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 trop. So, Eisen rein. Lass brennen. Ach so, passt rein rein. Wenn das drin, essen. Hier drin. Was ist das? Muss nur aufpassen, bevor ich wieder oben das leer mache. Wir haben schon wieder Endermänner im Haus. Hey Zombie, verpiss dich. Ja, toll. Ich renne hier hoch. Dann kickt es mich runter. Mist, wie echt. Oh, ho, 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 ho. Das wär ruhig. Das wär ruhig. Und Leder muss irgendwie kombinieren aus so festerem Material. Und das musst du dann brennen. Ich weiß. Burn, burn, burn. Ja, ich weiß. Burn on fire. Okay, wir sehen ja dran, wo es geht. Weißgelet. Ich hab die Tour noch nicht mal angepackt. Schon kommt der runter. Ja, hatte ich doch vorher auch. Ach, fick dich Kohle. Ich hole dich jetzt nicht da vom Grund. Ich geh jetzt noch da hinten in den Tower rein. Mal gucken, was da noch drin ist. Fummsfaldara, Bumsfaldara. Tralalalala. Ich bin hochgerannt. Jetzt steht er da und macht gar nichts. Ja. Oder er ist am Längen. Ne, der macht gar nichts. Steigerung und Zoom, Zoom, Zoom. Warte erstmal, bis ich wieder geheilt bin. Naja, das war schon der gute Zoom. Nicht zweifach. Komm, lad mich auf. 0,5 ist jutt. Dauert immer so lange. 0,5 ist jutt. Obwohl, 1 können wir auch nehmen. 1, 1, 1, 1, 1. Harlow Tower. Hat mich denn so angeschoben gehabt. Weiß ich nicht. So. So. Seitdem mein Geburtstag heute deswegen. Oh, Geburtstag. Ja, komm, heilig, heilig, heilig. Ich will den weiter klatschen. Und da war jemand schon hier drin. Das kann natürlich auch gewesen sein. Harek. Der nimmt ja gerade gar keinen Schaden. The Penner. Weißt du, ob da jemand schon in diesem Cleanstone Tower war? Der ist nicht kaputt, aber ich... Scheinst du, ob der... Ich verstehe dich gerade nicht so wirklich. War da so scheiße laut ist der Arsch. Ja, mach doch lauter. Ach, mach doch leiser. Oder sag du mal leiser. Ich glaube, hier war jemand schon drin, weil die ganzen Kisten leer sind. Ja. Oder Johnny hat schnell Looten gemacht. Drei Diamantblöcke. Weil die Kisten sind leer, aber irgendwie vertraue ich das hier nicht. Lösch. Was, drei Diamantblöcke? Ja. Habe ich da auch gehabt. Schau mal. Geil. Ich renne gerade vorhin weg. Und immer schön die Charts mitnehmen, die Emerald Charts. Nicht wegwerfen. Nimm alles mit. Ja, ist doch gut so. Jetzt komm, sag nicht, ich lauf jetzt bis oben hin und da ist nicht der Battle Golem Tower. Was meinst du, warum die Thun so voll sind? Weil du jeden Unsinn rein wirst. Auch ja. Da fällt immer weiter runter. Da war eindeutig Johnny drin, ne? Der hat irgendwie den Golem schon besiegt, aber irgendwie... Träne. Nichts kaputt gegangen. Ist nicht mehr. Fuck. Der ist ja noch drauf. Äh. Oh, Bastard. Einfach mal in Wasser gegen ihn kämpfen. Dann bremst wenigstens nicht. Gut. Schafft. Get lucky. 4 Braustände. Checkmings von Kentucky. 2 Redstone nammten. Ich hab nur noch ein Herz, ich sterb zum achten Mal. Cool. Nicht cool. Ich find's lustig. Ich will aber nicht sterben. Komm her. Ja. So, jetzt geh ich jetzt mal nach Hause. Ich möchte noch ein paar Thun dabei. 4 Stück. Ja. Kann ich die mal so hinstellen und einfach voll klatschen. Alter, der macht den ganzen Thun kaputt, der Behinderte. Wir müssen unbedingt ein Lager bauen. Auch wenn das einfach nur so ein Pipe-Lager, ein Pipe-System-Lager ist. Ich will den nicht runter springen. Oder Flash, reicht doch auch erstmal. Ja. Ach ne, für Johnny reicht das bestimmt nicht. Boah, ey. Sterbe ich jetzt das achte Mal oder nicht? Ja. Ich versuch das jetzt da ins Wasser zu lassen. CHORONIMO! Schatz tot. Na, ne. Fade. Der scheiß Battle Tower Golem. Der, entweder hat irgendeiner nach oben die beiden Kisten irgendwie nicht gelootet und den anderen, ich weiß es nicht. Hm. Weiß auch noch nicht mal wo du bist. Welche Koordinaten. Siebe ich auch anfangen bei uns. Minus 4 plus 500 ungefähr. Boah, Netatower hasse ich ja wie die Pest. Boah, der Golem rastet da hinten richtig aus. Ich markiere einfach meine beiden Dinger mit Cobblestone. Was war das denn? Centus? Das ist wie jeder das benutzen kann. Was? Was war los? Miss Connect. Warum? Keine Ahnung. Warum auch immer. Ich bin ganz schönes Stück zurückgefallen wieder dadurch. Ach man, die Mini-Spinnen, ne? Zeige ich doch. Was habe ich dir gesagt? Ja, habe ich doch voll auch gesagt. Flashy Line. Ich habe nur gesagt, stell dir nichts an. Ich habe einen Bogen und einen Solid Pack gefunden. Alles klar. Mit einer Klaue im Arbeitswagen. Okay, das ist ganz okay. Und einen Bogen stärker 1. Alles klar. Jetzt habe ich zwei Skelette bei mir. Ach, da ist noch eins. Oh, ich habe auch Soul-Zentrum zu latschen. Naja. Ah, Skelett. Gott sei Dank ist die Skelette auch da durch. Hm. Mann. Schön. Diamanten. Meine Güte. Spinden. Geht mir nicht auf den Sack. Brau. Vier Brau. Stimmt. Wann heftig. Aber irgendwie war noch nicht der gute Loot hier drin, ne? Bin ich so vermisse. Wirklich guten Loot habe ich noch nie bekommen. Aua. Aber die Pote gar nicht zufällig doch einmal hingelegt. Ah ne. Das ist ja Johnny. Johnny traut uns ja nicht. Ne? Naja, deswegen. Weißt du was? Was? Weil das ist viel zu weit jetzt mit Laufen. Ich schieb mir mal ganz kurz einen. Ich tu die da wieder weg. Nein, nicht cheaten. Laufen. Lauf, Vos. Ja, ich... Der Battle Golem Tower rastet richtig aus da. Ja, das ist grad dunkel. Na, lauf. Wollte man Schokoboos nicht, ey. Wollte man Schokoboos nicht, ey. Wollte man Schokoboos nicht, ey. äh. Taschenanliegen. Ja. Come on. Jo, guckawoos. Sattelbags, die sind ja einfach. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Und wir haben so viele Federn von dem. Ey das gibt's doch nicht. Diese kack Soul Centaur. Kann man eigentlich ein oder zwei Taschenwannen machen? Weiß ich nicht. Sieht mir auf gar nichts. doch gegen weiß der ab hier fast wieder hier machen kindertower ein probieren wir mal zwei stück das fährt ja gleich zwei stück oder wie kann man da reingucken das ist aber mein zero in ruhe nein hey zero ist meins komm du nicht raus jetzt mit dem ich habe ihn gegeben ja trotzdem steckt da schon wieder 35 der andere golem der rastet die unten aus ja weil er doch da ist ich bin so einer der geht da durch und hat noch vier herzen oder so